Einen schönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen auf der Miet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich Andreas von Grafenried und Herrn Steffen Nürnberger und ich freue mich auf den heutigen Vortrag. Es geht um Terminplanungen betreffend Sanierungen aus der Sicht von Unternehmen und Planern. Danke fürs Kommen und viel Vergnügen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin von der Bühnenplanung Walter Kottke. Ich habe heute beim Frühstück schon erfahren, dass es also Lacherfolge gab, dass jetzt ausgerechnet in Österreich die Firma Bühnenplanung Kottke über Terminpläne spricht und Terminmanagement. In der Tat, ich habe auch meine Leidenszeit durch und vor allem auch der Herr Nürnberger in einem Projekt im Tiroler Landestheater. Und ich war der Projektleiter und bin seit acht Jahren bei der Bühne Kottke und freue mich über dieses doch Thema zu sprechen, was auch manchmal weh tut. Und ich will eigentlich dort heute hingehen, wo man was daraus lernen kann und nicht nur über die schönen Seiten zu berichten. Ich bin ganz stolz, dass der Herr Nürnberger dabei ist. Die Firma SPS Bühnentechnik ist quasi neu in Österreich jetzt unterwegs, darf man so sagen. Das erste Projekt jetzt im Tiroler Landestheater und ich würde mich sehr freuen, wenn er sich kurz vorstellt, was seine Aufgaben sind bei der Firma. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich über die zahlreichliche Teilnahme. Mein Name ist Steffen Nürnberger. Ich bin mittlerweile schon über 33 Jahre bei der SPS Bühnentechnik in verschiedensten Funktionen, also vom Konstrukteur, Projektleiter, Abteilungsleiter, mittlerweile Prokurist. Und trotz allem ist man in so einem Mittelstandsunternehmen natürlich für viele Dinge zuständig. Und wenn Not am Mann ist, macht man auch mal wieder eine Projektaufwicklung. So haben wir uns da näher in Innsbruck kennengelernt. Ich freue mich auch, dass ein paar Kollegen aus Innsbruck erschienen sind. Und ja, SPS feiert in zwei Jahren 150 Jahre. Wir sind dann, glaube ich, so das zweitälteste Wühnentechnikunternehmen. Das älteste ist, glaube ich, hier beheimatet. Das ist kein Geheimnis. Generell bin ich im Unternehmen für den Bereich Projektierung zuständig, habe also die Statiker, Maschinenbauingenieure, die die Ausleger und Antriebe, Seile etc. machen. Und wir bereiten dann die Aufgabenstellung für die Konstruktion vor. Soweit in Kürze. Das war als Interview angedacht, noch zusätzlich mit dem Herrn Eger vom Landestheater, der leider heute nicht dabei sein kann. Deswegen habe ich hier ein wenig umdisponiert, indem ich einleitend vortragsmäßig ein paar Einblicke gebe in so eine Zeitschiene, wie sie war in Innsbruck oder wie sie generell ist. Und ich will ein paar Kernpunkte rausschälen, wo mir im Nachhinein aufgefallen ist, da hat man eigentlich zu wenig aufgepasst. Also das kann Bauherren jetzt oder Vertretern von technischen Abteilungen helfen, zu überlegen, wenn ein Bauprojekt ansteht, wo passe ich vielleicht am meisten auf. In der Regel wird eine Machbarkeitsstudie gemacht. Ich spreche hier jetzt natürlich von Sanierungen von Häusern, also nicht von irgendwelchen kleinen Bestellungen, sondern letztlich dann schon Bauaufträge, die in Millionenhöhe sind oder in mehrfacher, zehnfacher Millionenhöhe. Wer weiss, in Österreich wird derzeit sehr viel umgesetzt. Theater an der Wien, Salzburg ist gerade in den Endzügen. Landestheater hat das hinter sich jetzt vor ein halb Jahren fertig gemacht. Und das heisst immer, erstmal lasse ich mir einen Planer in der Regel mal die Anlagen anschauen oder einen Sachverständigen, welche Anlagen sind, aus sicherheitstechnischen Gründen zu tauschen. Und das ist so ein Auszug aus einer Aussage, die einem vielleicht dann begegnet und dann denkt man schon, ui, das wird jetzt aber kompliziert. Die Qual der Wahl, es sind natürlich letztlich verschiedene Faktoren, die daran beteiligt sind. Und der eine Faktor hat ja mit dem anderen auch zu tun. Also der Anlagenumfang muss definiert werden. Ich muss dann schauen, ob das in einen gewissen Kostenrahmen passt, der mir zur Verfügung steht. Und dann das dritte Kind da in dieser Entscheidungsstufe, der Zeitplan, wird in der Regel aus meiner Zeitplanung, der sich dann stiefmütterlich behandelt, indem man ja letztlich auch mit sehr viel Puffer in der Bauzeit zur Verfügung haben muss und eine sehr, sehr lange Planungsphase auch dann über erst mal hat, indem in der Regel ein Fachplaner gesucht werden muss. Und das ist gar nicht so einfach. Also im Landesteater Rinsbruck hat das dann einen Rechtsanwalt gemacht, externer Rechtsanwalt. Das heisst, den muss ich erst mal finden. Der muss mir so ein Verfahren aufsetzen. Das heisst, je nachdem, wer der Bauherr dann ist, in dem Falle war es das Landesteater. David, muss ich eine rechtssichere Fachplanerausschreibung vorbereiten. Also da lohnt sich schon mal zu überlegen, wie lange brauche ich eigentlich dafür? Suche des Rechtsberaters, die Texte verfassen, was muss überhaupt da reingeschrieben werden in so eine Ausschreibung, weil wenn ich einen Planer suche, muss ich dem auch sagen, was er machen muss. Das heisst, da ist schon sehr viel vorentschieden. Das heisst, wenn man die Stufe zurückgeht, ich muss berichten über den Anlagrund, den er zu planen hat. Ich muss ihm einen Herstellkostenrahmen bekannt geben, dass er überhaupt sein Honorar berechnen kann. Das sind alles Dinge, die müssen vorbereitet sein. Also im stillen Kämmerlein, leider ist da der Bauherr manchmal auch alleine. Was heisst höher so? Gut, höher in der Hand halten, Entschuldigung. Okay, gut, ja, pardon. Gut, soviel zur Veranstaltungstechnik. Also, jetzt ist glaube ich besser, ja, Entschuldigung. Also, irgendwann kam dann diese Ausschreibung auf den Markt. Ich habe hier mal die Zeitschiene, wie sie in Innsbruck war, gezeigt. Also das ist jetzt ein Bundesvergabegesetz, das ist Österreich, haben wir einen Eindruck über diese Fristen, wie lange brauche ich überhaupt einen Fachplaner zu finden. Meistens sind es ja noch verschiedene Fachplaner, ein Architekt muss dazukommen, ein Brandschützer, ein Statiker. Das ist alles sehr aufwendig und sehr kompliziert. Ich meine, dass da uns leider schon der erste Fehler passiert ist. Nicht uns jetzt in dem Sinne, weil wir waren da ja noch nicht im Boot, aber letztlich bei der Auslobung des Fachplaners gab es schon die erste Rüge. Also, Rügen gehören dazu im heutigen Geschäft. Letztlich muss man die mit in den Terminplan verorten, weil, wenn sie dann da ist, fällt ja sonst das ganze Gerüst zusammen. Also, es gibt die beiden grossen Vergabephasen, einerseits für die Fachplanersuche, später für die Firmensuche und ich plädiere dafür, dort den ordentlichen Puffer für die Rügefrist bereits einzuplanen. Ich habe mal aus der LMVM, das ist das Leistungsmodell der Fachplaner in Österreich, entspricht jetzt der HAI in Deutschland, die Ausdrücke mal rausgesucht aus den Leistungsphasen des Planers. Was muss der eigentlich machen, puncto Terminplanung? Da steht nämlich mitwirken an der Terminplanung. In der Leistungsphase 5, das ist die AFU, dort werden Terminpläne fortgeschrieben und in der Leistungsphase 8, in der Bauphase, hat er den Auftrag, aufstellen, fortschreiben und überwachen des Terminplans. Das Wort mitwirken bedeutet, dass da jemand anderes letztlich den Hut auf hat, das ist nämlich der Auftraggeber, der im Grunde genommen, es sei denn, er übergibt seine Pflichten jemand anderem, aber letztlich ist der, der bestellt, dann auch für diese ganze Termingeschichte letztlich auch verantwortlich. Deswegen ist die Frage, will ich das oder delegiere ich das an den Planer? Das kann eine gesonderte Leistung sein. Diese Frage, wer ist dann eigentlich verantwortlich oder im schlimmsten Falle, wer ist eigentlich schuld, die ist natürlich höchst kompliziert. Und da lohnt es sich früh zu besprechen in dem ganzen Stakeholder-Gemenge, wer ist letztlich eigentlich, welche Erwartungshaltungen sind an den anderen Kollegen da im Hinblick auf diese Terminplanung. Da habe ich dann noch eine schöne Folie eingerichtet. Ein Klassiker ist, dass zwischen den Leistungsphasen des Planers dann immer Gegenprüfungen notwendig sind. Die LP2 bedeutet die Vorplanung, die LP3 bedeutet jetzt die Entwurfsplanung. Das sind Dokumente, die man abgibt, das sind dann Kosten hinterlegt, das sind Pläne hinterlegt, das sind Texte hinterlegt. Da erkennt man schon, in welche Richtung es geht. In der Leistungsphase 3 wird alles durchdimensioniert oder ist es dann auf den Zentimeter schon eigentlich ausdefiniert. Die Frage ist immer, wer prüft das eigentlich? Der Planer gibt was ab, bin ich dann im Urlaub, bin ich dann da. Das sollte man schon in den Gesamtterminplan mit aufnehmen, die ganze Ressourcenplanung, wer prüft diese Dokumente und ist genügend Zeit dafür da. Das sind Konvolute, die dann ankommen, plötzlich 50 Seiten zu lesen, mit Terminplänen sogar dabei, die ja letztlich hinterfragt sein müssen. Ist das im stillen Kämmerlein gemacht beim Planer zu Hause und der schickt das einfach so mit auf der Seite 50 und keiner guckt es an. Da lohnt es sich schon mal ganz klar rückzufragen. Also man muss ja reagieren auf diese Planungsdokumente und sagen, ist denn dieser Terminplan abgestimmt mit dem Statiker? Ist das vereinbar, dass der das dann auch prüft? Das heisst, diese Prüffristen, die sind zu definieren, nicht nur mit Zeitbalken, sondern auch wer das macht. Man kriegt, das ist jetzt eine alte Folie aus Saarbrücken, SBS Dresden hat das letztlich auch umgesetzt, eine große Maßnahme. Da gab es einen Projektsteuerer, ich meine, der hieß Kondius. Ich habe dem als eine Folie gefunden, ein extrem sportliches Programm. Wenn man jetzt als technischer Direktor seitens Stadt- und Projektsteuerung so etwas wie vorgegeben kriegt, dann lohnt sich das natürlich sofort zu hinterfragen und auch aktiv sich gegen gewisse Vorgänge zu wehren oder die Leute an den Tisch zu holen und zu fragen, ist das wirklich alles plausibilisiert? Also, Leistungsverzeichnisse wurden hier erstellt nach der Leistungsphase 3. Das ist normal, sage ich, aber wenn ich das jetzt so sehe, dass das innerhalb von drei Monaten passieren muss, auch da sehe ich zum Beispiel die Prüfphase durch den Bauherrn, sehe ich in diesem Terminplan gar nicht. Es geht dann nahtlos weiter in ein Vergabeverfahren. Also, das ist von der Zeitschiene, wenn man sieht, das ist eigentlich immer der Monat. 07-12, das ist Juli 2012. Dann soll ein Vergabeverfahren stattfinden bis Oktober 12. Wenn man da nur schon ein bisschen das Gefühl hat, oh, das wird eng, das geht nicht. Also, hört auf dieses Gefühl, weil dieses Gefühl ist meistens komplett richtig. Also, meine Erfahrung ist, es getraut sich dann niemand zu sagen, das geht nicht, weil Schwäche zeigen ist ja in dem Geschäft nicht so gern gesehen. Also, letztlich, irgendeiner muss da den Finger hochhalten und sagen, du, meine Erfahrungsart, das geht nicht. Also, darüber müssen wir reden. Es gibt dann im Vergabeverfahren übrigens noch Fristen, einmal mehr, die natürlich zwingend sind. Da lohnt sich auch rechtzeitig. Und das war auch das Problem in Innsbruck, dass das ein Vergabeverfahren war mit einem sogenannten Teilnahmewettbewerb. Hat uns der, hat dann der Rechtsanwalt vorgeschlagen, das auf dem Wege zu lösen. Das hat ganz neue Fristen dann gegeben. Die Angebotsfrist, also es gab dann da einen vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb. Der ist jetzt hier nicht abgebildet. Aber dann letztlich kommen drei verschiedene Fristen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Ihr kennt das, Angebotsfrist, Zuschlagsfrist, Stillhaltefrist. Das heißt, alles macht im stillen Kämmerlein euren eigenen Terminplan. Schreibt das alles rein, diese Fristen und macht nicht einfach so einen Balken wie hier. Vergabeverfahren, das ist eigentlich jetzt das Quatsch. Ich muss wissen, was für ein Vergabeverfahren ist es und welche Fristen. Dann kommt, da springe ich jetzt mal drüber hinweg. Also jetzt kommt die Werkplanung der Firma, die dann hier scheinbar auch nahtlos eingeleitet wurde. Wenn ich das jetzt so nochmal Revue passiere, Saarbrücken. Ich meine, vielleicht waren Sie da in dem Projekt dabei, Herr Nürnberg. Ich habe es jetzt gar nicht vorbereitet auf dieses Projekt. Teilweise schon, ja. Aber wenn ich jetzt das mal so sehe, dass eine Werkplanung einer Baufirma für eine Untermaschinerie und eine Obermaschinerie innerhalb von zwei Monaten gemacht werden soll, also ich glaube da nicht dran. Auch da gibt es Vorgänge, das braucht eine Freigabe von Plänen durch den Nutzer, durch den Bauherrn, durch den Fachplaner. Wie soll das überhaupt stattfinden? Nur schon eine Freigabe benötigt ein Monat. Also erfahrungsgemäß manchmal sogar auch länger. Wenn dann diese Werkplanung freigegeben ist, also ich kenne nur noch Projekte, wo sich das leider überschneidet. Das heisst, die Werkplanung, die läuft und parallel wird dann schon mal was vorbestellt, weil man kann ja nicht mehr warten. Und das war auch eine höchst unangenehme Situation in Innsbruck. Das ist komplett zu vermeiden. Also das Risiko, was da dadurch entsteht, wenn man ein Getriebe bestellt, was noch nicht freigegeben ist von einem Maschinenbau-Fachplaner, dann dieses Risiko, was ja zum Teil die Firma SPS Dresden danach eingegangen ist, ist zum Glück gut gegangen. Inhaltlich, technisch, aber terminlich gab es halt dann Probleme. Und dazu möchte ich gerne Herrn Nürnberger mal ein paar knackige technische Aussagen treffen lassen. Ja, Innsbruck war, wenn Sie sich zurückerinnern, eine Vergabe 20.03. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, vielleicht hätte man einfach mal Nein sagen sollen, aber egal. Wir sind es eingegangen und es hat natürlich extreme Risiken für den Hersteller. Die hat normal, wie gerade beschrieben, hat man hier Unterlagen zu liefern, die genehmigen zu lassen, freizugeben. Wir haben frühzeitig gesagt, unmöglich. Wir haben ein paar Parallelzeichnungen erstellt, gefertigt, freigeben lassen, Diskussionen gemacht und sind glücklicherweise durchgekommen. Aber wenn man sich die momentanen Bestellzeiten anschaut, also alle, die vorhaben, irgendwas zu planen, was Neues zu machen. Ich habe vor zwei Wochen ein Angebot für eine Spindelhubanlage bekommen, für eine Sanierungtheater Augsburg von einem deutschen Lieferanten. Und acht Monate, da liest du zweimal, ob er das ernst meint, die Bindefrist ist in der Regel 14 Tage. Und du musst als Anlagenbauer jetzt einen Preis machen, der in zwei Jahren gilt. Die Kollegen aus der Branche können darüber auch nur schmunzeln, kennt das alles. Es ist in gewisser Weise schon fast verrückt, was wir momentan da betreiben. Aber irgendwie haben wir es bis jetzt immer geschafft. Schaltanlagen ist auch so ein witziges Beispiel. Man hat komplette Schaltschränke dastehen, wartet, dass sie ausgeliefert werden und dann fehlt irgendein Mini-Plast-Detail aus Asien, was auf irgendeinem Schiff vor Hamburg rumschwimmt. Oder die Jungs in Hamburg streiken gerade wieder mal und laden das Schiff nicht aus. Das sind Dinge, mit denen man überhaupt nicht mehr rechnen kann. Sodass eigentlich die Krönung dann ist, wenn man so unten, hatte ich mal ein Angebot, was rauskopiert, bei Lieferzeit, Klärung im Auftragsfall steht. Ja, wie soll man da eigentlich ein Projekt realisieren? Das ist relativ schwierig geworden. Und man hat momentan die Situation, dass man so wie früher sich mittlerweile Lagerware wieder anschafft, mit wichtigen Komponenten, um überhaupt dem Kunden noch Teile seines Projektes realisieren zu können. Und ich habe das Gefühl, wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren noch nicht ändern. Also, dass jeder, der jetzt eine Sanierung plant oder anstrebt, sich gewiss sein muss, wenn das nicht in acht bis zwölf Monaten vorher vergeben ist, ist eigentlich schon mit Ansage, dass das nicht zum Termin fertig wird. Rein so momentan die Situation auf dem Markt. Ja, acht Monate vorher vergeben, das macht dann den großen Terminbalken in der Gesamtplanung. Das heisst, man kann letztlich fast davon ausgehen, dass zwischen Machbarkeitsstudie und Umsetzung ja fast dann drei Jahre vergehen. Wie reagiert hier eine künstlerische Leitung darauf? Wie macht man der das klar? Kann man das überhaupt planen, so eine verlängerte Spielzeit, die dann vielleicht erst 2027 ist? Das kann man, aber es benötigt natürlich sehr viel Kommunikation intern im Theater. Und diese Rechtfertigung, die man da leider auch immer bringen muss, als technischer Direktor unter Umständen, ist sehr schwer. Ich möchte zur Bauausführung jetzt zwei, drei Dinge sagen. Ich habe gesagt, das Balkendiagramm ist Teil der Aufgabe des Fachplaners dann, wobei hier sich natürlich sofort auch die Feinplanung der Firma, die meistens auch vertraglich vereinbart ist, also ein Ausführungsplan hat gemäss zumindest unseren LVs die Firma zu liefern. Nur die Firma weiss in der Regel nicht, dass parallel vielleicht noch ein Holzboden gelegt wird oder andere Gewerke eben dann, wann ist die Zuleitung gelegt etc. Das sind alles Dinge des Fachplaners, der das dann zu koordinieren hat. Ein Balkendiagramm wird oft übersichtlich und ist meistens nach zwei Wochen veraltet. Das ist ein Drama. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Da gibt es Methoden, wir kennen sie alle, Lean-Methoden, Scrum-Methoden. Ich habe das in Genf einmal durch jetzt gehabt, in einem Hydraulikprojekt. Da hat man wirklich das tägliche Frühmeeting gehabt mit allen Firmen, wo man sich auch über die Räume geeinigt hat, wer ist wann, in welchem Raum zu Gange, wer benötigt wann war es. Das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Das wurde sehr vom Bauherrn gepusht, diese Methode, also dieses Lean-Management, und wurde ziemlich konsequent durchgezogen. Also braucht aber letztlich dann fast eine Stabstelle, jemand, der sich auch darum kümmert. Wer macht das? Komplizierter, bestimmt auch rechtlich komplizierter in Projekten ist es dann, wenn es dann schon langsam aus dem Ruder läuft. Wer kann eigentlich dann wem eine Anordnung geben? Es gibt einerseits Verträge, das sind natürlich jetzt keine Nachtarbeiten in diesen Verträgen, verhaftet unter Umständen aber die entsprechenden Kosten dafür. Das sollte man natürlich im Vorfeld abfragen und nicht erst verhandeln, wenn es dann soweit ist. Diese Feiertagszuschläge werden abgefragt in den LVs. Das sind natürlich dann Dinge, die der Bauherr dann auf Anraten des Fachplaners zum Beispiel ziehen kann. Aber die Frage ist nicht sofort, wer bezahlt das jetzt alles. Weil letztlich, das kennt ihr alle, muss ich nicht erklären, die Frage des Verschuldens meistens ja auf andere geschoben wird und dann geht der Streit los. Es gibt die Möglichkeit des Auftraggebers an die ausführende Firma, dann natürlich Beschleunigungsanordnung zu geben. Der Fachplaner ist angehalten, laufend zu informieren. Also auch diese Folie sollte nicht erst rausgepackt werden, wenn es schon knirsch ist, sondern letztlich diese Erwartungshaltung, wer macht was, wer kann was machen, im Falle das, sollte schon im Vorfeld besprochen werden. Ich behaupte, dass in so Bauprojekten mehrfache Terminplansitzungen stattfinden sollten, schon ganz früh, wo man über diese Erwartungshaltungen spricht und diese Verantwortlichkeiten spricht. Also lieber zwei Jahre vorher als kurz bevor es losgeht. Ja, ich habe ein bisschen ein Fazit jetzt noch zusammengestellt und würde mich eigentlich dann freuen, wenn es Beiträge aus der Runde gibt von Leidgeplagten oder von erfolgreichen Bauherren, wie auch immer, die vielleicht auch noch das eine oder andere sagen können. Ich fasse zusammen ein Jahr vor der Bauphase die Beauftragung. Das wäre der Idealfall. Das gilt jetzt eher für ganz grosse Projekte. Der Herr Nürnberger meinte vielleicht auch acht Monate oder zehn Monate. Je nachdem, was für Projekte das sind. Keine Phasen verschlafen. Also eine Beauftragung kann sehr kompliziert sein, bis das letztlich von den Verantwortlichen in der Kommune dann auch unterschrieben ist und rausgegangen ist. Auch da regelmässig eine völlige Überlappung. Die Firma beginnt, hat aber noch keinen Vertrag. Das ist eigentlich auch ein Drama. Also auch diese Fristen schon früh in den Terminplan nehmen. Wie lange dauert es nach der Vergabe, bis dann letztlich der Werkvertrag unterschrieben ist. Ich erlebe Projekte, das dauert drei Monate, vier Monate. Das bringt eine riesige Verunsicherung in das Projekt. Hinten dann am Schluss des Projekts stehen dann so Dinge an, wie Inbetriebnahmen, Reinigungen, Sachverständigenprüfungen. Auch die sind nicht parallel zu legen. Die sind hintereinander zu legen, oft, weil das eine Gewerk das andere stört. Puffer reinbauen. Auch Puffer, die niemandem gehören, sollten eingebaut werden. Ruhig mal einen Monat Puffer in einen Terminplan nehmen. Natürlich wird die künstlerische Leitung sich das relativ schnell schnappen. Aber vielleicht muss man diesem Puffer halt auch einen Namen geben, der sehr technisch klingt. Wo man so irgendwie das Gefühl hat, oh, da kann ich noch nicht auf die Bühne. Aber lieber sich einfach mal einen Puffer reinbauen lassen. Es gibt auch die Strategie natürlich, interne und externe Meilensteine zu kommunizieren. Ich muss nicht immer jedem sagen, wann das fertig sein muss. Man kann einer Firma auch einen Vertrag geben, wo das Projekt im Oktober fertig sein muss. Letztlich aber die Übergabe des Hauses erst im nächsten Jahr im März ist. Kann man machen. Also dann hat man eigentlich dann definitiv den Puffer eingebaut. Und man muss auch nicht seine eigenen Termine immer transparent machen. Also dass man eigentlich den Puffer auch für sich selbst behält. Das ist so ein kleiner Überblick. Ich würde mich jetzt voran freuen, wenn es Beiträge gibt aus dem Publikum. Was fällt euch auf? Auch in der heutigen Zeit vielleicht mit Bestellfristen. Was fällt euch auf? Wo krankt das System? Ich weiß, in Österreich funktioniert es viel besser als in Deutschland. Man hört ja kaum von Projekten, die aus dem Ruder laufen. In Deutschland glaube ich schon eher. Von der Schweiz wollen wir jetzt erst mal gar nicht reden. Also was habt ihr für Erfahrungen? Was interessiert euch zu dem Thema? Vielleicht auch von der Firma SPS, wo ich mich im Nachgang noch mal recht herzlich bedanken will für einen super Job, den die gemacht haben in dieser kurzen Zeit. Das auf die Beine gestellt zu haben. Das war eine Riesenleistung, die ich möchte. Ich möchte mich an der Stelle noch mal wirklich bei Herrn Nürnberger bedanken. Das war eine Riesenmeldung.